Verdammte Scheiße, ich schaffte eigentlich diesen Würfel zu lösen, ey. Ja. Ich gib auf. Wieso trinken wir eigentlich? Der Inder, der ist doch hier jetzt ein Jahr schon durch. Der ist schon 8.35 mal 3,2 gegen die Tür gelaufen. Aber ja. Warum kann er eigentlich kein Deutsch? Ich kann doch Deutsch. Huh? Er kann Deutsch? An's Doofen. Nein, ja. Wie ist das so in Deutschland? Nein, er hat eine Wicke. Nein! 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 Der Gitarre sollte das. Nein! 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 Was? Rhythm auf Deutsch. Nein! 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 Ich bin schwindlig. Nein! Nein. Nein! Ich bin schwindlig. Nein! Oh, du best! Was ist denn mit den Würfeln passiert? Ey geil, ich hab das gestern auch gelöst bekommen. Mein Arsch tut weh. Nein. Ey, sag nicht, ich hab die Flasche im Arsch gehabt. Aber der Würfel, ja, der Würfel, der ist gelöst. Ey, voll geil, aber die Flasche, ey. Boah, mir ist so schlecht. Aber der Würfel, ey, ich hab der Würfel gelöst. Boah, mir ist so schlecht, ich kann gar nicht mehr. Was ist denn mit dem Sessel los? Ich mein mit dem Sofa. Hä? Oh, Entschuldigung, Mensch. Was macht denn der Fernseher hier? Ich zwar Mensch, der ist neben mir, den ich gar nicht kenne, aber der Fernseher, der kommt mir ein bisschen strange vor. Was macht der Fernseher hier, ey? Genau, wo nicht wahr rein. Ey, wach auf! Mach auf! Oh, mach den Wecker aus. Mach den Wecker aus. Das ist kein Wecker, das ist ja in da. Das ist ja in da. Ey, Jungs, wisst ihr, was passiert ist? Ihr guckt euch doch mal um. Scheiße. Scheiße. Tschüss. Wer war da? Versucht euch mal zu erinnern. Keine Ahnung. Was denn? Hast du was erfunden? Doch nichts. Mein Gott. Lass mal ein wenigstens gucken, ob der Fernseher funktioniert. Keine Ahnung. reliieren Freunden T опять gehрать stetsz ruler des erstes garTop streeter die glan